Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht vergleichen. Ich habe gerade mitgekriegt, dass die Schule geräumt wird, mit Unterschrift vom Bürgermeister da in Ahrweil. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das ist eine Botschaft an den Bürgermeister da, wenn wir alles abholen würden, was wir darunter gebracht haben, Wassertanks, Toiletten, alles mögliche, Generatoren, was wir darunter gebracht haben, das war eigentlich zweckgebunden, das war für das Kindercamp von unserer Seite. Jetzt ist es für andere Sachen, wahrscheinlich verschrottet ihr das jetzt alles. Ich habe das Schreiben gesehen, was sie unterschrieben haben. Menschlich gesehen darf ich nicht sagen, was ich von ihnen halte. Sie sind ein charakterlicher unterm Teppichläufer. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Wenn der Moor nicht da gewesen wäre, dann wärt ihr im Dreck ersoffen. Ich rede nicht über die Bevölkerung, sondern über den Bürgermeister. Haben Sie wieder schön Anordnung gekriegt von der Staatsratsvorsitzenden oder von wem? Ihr seid so. Ihr seid nicht für eure Leute da. Wenn eure Leute erfahren, was da los war. Dann, viel Spaß bei der nächsten Wiederwahl. So eine Bürgermeister, wie dich da unten. Du hast hier mit zwei Händen deinen eigenen Arsch nicht gefunden. Wärst du Bürgermeister und kein Bürokrat, dann wäre das da ganz anders abgelaufen. Aber das, was du da abgeliefert hast, ist das allerletzte. Ich weiß nicht mal, wie der Bürgermeister da heißt. Das ist jetzt die absolute Krönung mit der Behauptung, sie wollen ja den Schulbetrieb wieder einrichten. Da waren Schadstoffe drin, der ganze Keller war voll. Ich weiß nicht, wann die Schule da mal wieder in den Regelbetrieb dreht, aber auf jeden Fall nicht in der nächsten Zeit. Das sollten die Bürger da unten erfahren. Herr Bürgermeister, noch Bürgermeister. So was wie dich müsste man sofort absetzen. Also wer so einen Bürgermeister hat, braucht keine Feinde. Aber das ist ja wie mit unserer Regierung. Wenn du so eine Regierung hast, brauchst du als Bevölkerung auch keine Feinde mehr. Dann reicht das vollkommen aus, dann brauchst du keine äußeren Feinde mehr. Ihr seid charakterlich echt alle. So was von unten durch. Unfassbar.